Bamm, Alter. Bamm. Und dann lag ich. Einfach auf der Straße, Alter. Irgendetwas klackert hier halt. Oh. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Alter gesagt habe. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll, Alter. Ich habe richtig verschissen. Noch beschissener kann man nicht in die Saison starten, Alter. Setzt euch einfach hin. Holt euch Popcorn. Boah, ich weiß gerade nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Ich fange jetzt einfach mal ganz von vorne an. Und zwar habe ich bis gerade gearbeitet und dann rief mich die Werkstatt an. Weil, wie ihr wisst, habe ich ja mein Motorrad in die Werkstatt gebracht. Zum Reifen aufziehen und so. Alles easy. Die haben mich angerufen. Haben gesagt, yo Bruder, dein Motorrad ist fertig. Komm, hol ab, ja. Ja, habe ich meine Schwester angeschrieben direkt. Habe geschrieben, yo, ey, Motorrad ist fertig. Geil. Kannst du mich eben da hinfahren? Ja. Meine Schwester kommt, sammelt mich ein. Wir fahren zur Werkstatt. Ich zur Werkstatt rein. Der Bruder zu mir. Yo, 202 Euro für alles. Habe ich dann gesagt, yo, easy. Kein Ding. Machen wir. Ich das bezahlt. Und dann wollte ich halt nach Hause fahren. Habe mich auf das Motorrad gesetzt, angemacht, schön warm laufen lassen. Alles easy. Alles easy. Und ja, was soll ich sagen. Ich bin 500 Meter oder so gefahren. An so einem Waschpark vorbei. Da stand ein Kollege, der hat sein Wohnmobil gewaschen. Ja, habe ich mir gedacht, komm, sagst du mal Hallo. Fährst du mal da rein. Ich schwöre euch, ich bin, vielleicht, ich bin 20 gefahren oder so, ja. Auf jeden Fall fahre ich da rein. Beziehungsweise setze im Blinker, Junge. Ich habe ganz normal gebremst. Und ihr wisst, ich habe neue Reifen drauf, ne. Und ich kann euch sagen, ich habe einfach ganz normal gebremst, Junge. Und auf einmal bricht mir das Heck aus, Junge. Ich bin gerutscht. Also direkt so seitlich weggerutscht. Bam, Alter. Bam. Und dann lag ich. Einfach auf der Straße, Alter. Nichts passiert, ja. Tat nicht weh, gar nichts, Alter. Ich bin so lahmarschig gefahren, dass halt einfach so an sich nichts passiert ist, ja. Motorrad lag da. Ich habe das ausgemacht. Und ja. Ende vom Lied ist dann, habe ich die hochgehoben. Die lag halt mitten auf der Straße. Ich hebe die hoch, stelle die hin. Und dann habe ich mir so gedacht, Bruder, was liegt da für ein silbernes Teil? Ja. Ich gucke so, silbernes Teil, gucke. Gucke so nach da unten, Alter. Ist mir die Fußraste abgebrochen. Da habe ich mir so gedacht, boah, nee, kann doch nicht wahr sein. Ja, okay. Habe ich mir dann gedacht, alles klar, kaufst du dir halt neue Fußrasten, kaufst du dir irgendwelche coolen. So, wollte ich ja eigentlich eh machen. Ist halt wieder teuer, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Habe ja auch genug Geld da reingesteckt in dieses Kackfass. So, als nächstes habe ich dann geguckt, Verkleidung. Die ist ja frisch lackiert, Alter. Ich gucke, mashallah, an der Verkleidung unten nicht ein Kratzer. Ja, danke an diese Sturzpads. Ich schwöre euch, ohne die Sturzpads, meine ganze Verkleidung unten wäre im Arsch gewesen. Ja, im Arsch. Ich gucke oben, Verkleidung, die weiße, wo ich auch drauf sitze und wo der Sozius-Sitz draufkommt. Bruder, ich will es gar nicht aussprechen. Alles im Arsch, Alter. Überall angerissen. Lack abgekratzt, Junge. Richtig im Arsch, Alter. Jetzt kann ich erst mal gucken, ob ich das repariert bekomme. Ich muss das auf jeden Fall lackieren. Dann wird safe auch ein Minimum-Honey kosten. Ähm, ja. So viel dazu. Dann, meine schönen Spiegel. Ne, niegelnagel neu, noch nicht einen Tag mitgefahren. Im Arsch. Im Arsch. Schön gerissen und vermackt von außen. Im Arsch. Einfach Schrott. Aber das reicht ja noch nicht. Ähm, meine neuen Bremshebel. Noch keinen Meter mitgefahren. Im Arsch. Vermackt, ja. Gott sei Dank nur vermackt und nicht verbogen. Muss ich jetzt halt mitleben. Keine Ahnung, was ich damit mache. Ist halt so. Was mit meiner Gangschaltung ist, weiß ich noch nicht. Die sitzt auf jeden Fall auch nicht so, wie sie sollte. Da muss ich mal gucken. Kann auch sein, dass ich die falsch dran gebaut habe beim Ölwechsel. Mal gucken. Ich habe weder Bock noch die Zeit und auch gar keinen Bock, da Geld reinzustecken. Aber ich habe halt gar keine Wahl, Junge. Gar keine Wahl. Äh. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal. Richtig reingeschissen, Alter. Ich könnte so heulen, ehrlich. Und ich habe auch jetzt gerade ehrlich gesagt nicht weiter geguckt, was noch alles im Arsch ist. Ich hoffe nicht, dass noch mehr im Arsch ist. Ehrlich, ey. Sonst gebe ich mir die Kugel. Sonst gebe ich mir einfach die Kugel. Weil irgendwas klappert hier. Oh, total. Es ist so behindert, ehrlich. Ey, ich bin so langsam gefahren und einfach gerutscht, Junge. Aber einfach nur gerutscht. Ich halte jetzt erstmal hier an und dann gucken wir mal, ey. Ich könnte heulen, ehrlich. Ja, hier. Verkratzt. Nicht so schlimm. Da gebrochen. Ja, gebrochen. Hier verkratzt. Da verkratzt. Hier gerissen. Da gerissen. Hier überall der Lack angerissen, Alter. Da war so viel Spannung drauf. Das ist überall gerissen. Hier alles im Arsch. Komplett im Arsch, Alter. Hier drüben geht. Kann ich gleich erstmal alles abbauen, gucken, ob ich das reparieren kann. Sozius-Abdeckung war neu, ja. Verkratzt. Bruder. Richtig reingeschissen. Richtig reingeschissen. Hier verkratzt. Wenigstens das Lackierte da unten nicht, Alter. Boah, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Irgendetwas klackert hier halt auch. Ich bin einfach ein Spast. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Hat einer für mich dieses scheiß Motorrad repariert. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Alter gesagt hab. Ihr könnt's gerne mal in die Kommentare schreiben. Leute. Ich bin raus für heute. Lasst gerne mal ein Like da oder einen Kommentar. Ich bin echt down gerade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss, tschüss.